2017 war für uns ein sehr sehr erfolgreiches jahr nicht nur dass wir wie in den vorjahren auch etwa mit acht prozent wieder gewachsen sind sich also insgesamt das geschäft sehr positiv entwickelt hat sondern es war auch ein meilenstein jahr nachdem wir uns letzten 50 jahre ausschließlich mit gewerblichen immobilien beschäftigt haben aber jetzt einen wohnfonds ins leben gerufen das haben wir nicht selber gemacht sondern haben uns dafür einen partner gesucht wer dieses geschäft perfekt versteht die firma zbi in erlangen dort haben wir 49 prozent erworben und gemeinsam haben wir einen wohnfonds für privatkunden aufgelegt der gleich auf eine 600 millionen eigenmittel eingesammelt hat im sommer das geld ist auch schon weitgehend investiert in immobilien und damit haben wir aus dem stand einen der ganz großen fonds in deutschland für wohnen ins leben gerufen der zweite meilenstein ist das institutionelle geschäft das überdurchschnittlich gewachsen ist im letzten jahr wir haben neues volumen von 1,5 milliarden über fünf neue produkte zum beispiel den urban living das ist im wachstum noch mal von 20 prozent wir sind damit einer der ganz großen player in deutschland ein weiterer meilenstein ist dass wir uns im rahmen unserer digitalisierungsstrategie zum ersten mal an einem proptech unternehmen also einem start-up im immobilienbereich beteiligt haben die firma architrave hat ein dokumentenmanagement entwickelt versehen mit künstlicher intelligenz sehr wegweisend für die branche insgesamt und wir wollen über diese beteiligung gemeinsam den standard für die branche hier entwickeln wir werden auch in 2018 weiter wachsen wir finden es ja in einem komplexen marktumfeld weil die preise für immobilien deutlich angestiegen sind insofern müssen wir im ankauf sehr selektiv vorgehen im bestand hingegen da können wir richtig hyperaktiv sein neue ideen entwickeln innovative ansätze finden um eben das positive marktumfeld zu nutzen und das ist die grundlage für einen stabilen cashflow und damit auch für die anlegerrendite die auch im nächsten jahr stabil bleiben